In diesem Video schauen wir uns das erste Newtonsche Gesetz, welches auch das Trägheitsprinzip genannt wird, etwas genauer an. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Educanova. Isaac Newton formulierte im 17. Jahrhundert drei Grundgesetze über Kräfte, die bis heute innerhalb der klassischen Mechanik ihre Gültigkeit haben. Das erste Newtonsche Gesetz lautet Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Translation, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Mit Zustand der Ruhe ist gemeint, dass der Körper keine Geschwindigkeit aufweist. Unter gleichförmiger Translation versteht man eine Bewegung, bei der die Geschwindigkeit konstant ist. Also können wir Zustand der Ruhe oder gleichförmigen Translation allgemein formulieren, indem wir sagen, dass die Beschleunigung Null beträgt. Unter einwirkende Kräfte ist nicht etwa gemeint, dass gar keine Kräfte auf den Körper wirken, sondern dass alle Kräfte zusammen, die auf den Körper wirken, sich gegenseitig aufheben. Also heißt das, dass die resultierende Kraft Null ist. Mathematisch kann man also das erste Newtonsche Gesetz wie folgt formulieren. Wenn die Beschleunigung von einem Körper Null ist, ist das Äquivalent mit der Aussage, dass die resultierende Kraft auf den Körper auch Null ist. Schauen wir uns an ein paar konkreten Situationen an, wie das gemeint ist. Als erstes betrachten wir ein Flugzeug im horizontalen Reiseflug. Auf dieses Flugzeug wirken folgende Kräfte. Die Gewichtskraft des Flugzeuges zeigt Richtung Erdmittelpunkt. Die Auftriebskraft wirkt senkrecht zum Flügel. Die Schubkraft wirkt in die Richtung, in die die Triebwerke wirken und der Luftwiderstand wirkt gegen die Flugrichtung. Im horizontalen Reiseflug beträgt die Beschleunigung Null, also müsste nach dem Trägheitsprinzip auch die resultierende Kraft Null sein, bzw. alle Kräfte müssen sich gegenseitig aufheben. Betrachten wir als erstes die Kräfte, die senkrecht zur Bewegungsrichtung wirken. In senkrechter Richtung wirken die Gewichtskraft und die Auftriebskraft. Sie wirken in entgegengesetzter Richtung, also müssen sie gleich groß sein, damit sie sich gegenseitig aufheben. Mathematisch formuliert heißt das, dass Fg gleich Fa ist. In paralleler Richtung wirkt die Schubkraft nach vorne und die Widerstandskraft nach hinten. Auch diese beiden Kräfte müssen gleich groß sein, damit die resultierende Kraft Null ist. Also gilt, dass Fs gleich Fw ist. Alle Kräfte in senkrechter wie auch in paralleler Richtung heben sich nun gegenseitig auf, also ist die resultierende Kraft gleich Null, also fliegt das Flugzeug mit konstanter Geschwindigkeit. Als nächstes betrachten wir ein Auto, das mit konstanter Geschwindigkeit fährt. In dieser Situation wirken folgende Kräfte. Die Gewichtskraft zeigt zum Erdmittelpunkt. Der Boden drückt von unten nach oben ans Auto. Diese Kraft heißt Normalkraft. Um genau zu sein wirkt bei jedem einzelnen Rad diese Kraft nach oben, aber zur Vereinfachung fassen wir diese vier einzelnen Kräfte zusammen und zeichnen sie im Schwerpunkt ein. Nach vorne wirkt die Antriebskraft, die wir hier mit Fs bezeichnen, und nach hinten gegen die Bewegungsrichtung wirkt einerseits der Rohlwiderstand der Räder, als auch der Luftwiderstand des ganzen Autos. Schauen wir wieder die Komponenten einzeln an. Die Gewichtskraft und die Normalkraft sind gleich groß, also heben sie sich gegenseitig auf. Die Antriebskraft Fs ist gleich groß wie die Rohlreibung, plus der Luftwiderstand. Also heben sich auch hier alle Kräfte gegenseitig auf und die resultierende Kraft ist wieder null, und somit fährt das Auto mit einer konstanten Geschwindigkeit. Auch bei Wasserfahrzeugen verhält sich das Ganze auf die gleiche Art. Auf ein Wasserfahrzeug wirkt eine Gewichtskraft Richtung Erdmittelpunkt, der Auftrieb wirkt senkrecht nach oben, die Schubkraft wirkt nach vorne und der Strömungswiderstand wirkt gegen die Bewegungsrichtung. Wenn das Wasserfahrzeug auf konstanter Höhe ist und nicht in eine Richtung beschleunigt, sind die Gewichtskraft und die Auftriebskraft gleich groß. Und wenn das Wasserfahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit fährt, ist die Schubkraft gleich groß wie der Widerstand und somit haben wir wieder eine resultierende Kraft, die gleich null ist. Schauen wir uns dazu ein paar Beispielaufgaben an. Die erste Aufgabenstellung lautet. Zwei Kräfte von 15 Newton und 20 Newton wirken im gleichen Punkt senkrecht zueinander. Welche dritte Kraft stellt in diesem Punkt das Gleichgewicht her? Als erstes erstellen wir eine Skizze, um die Situation zu erfassen. Wir haben eine Kraft von 15 Newton und senkrecht, beziehungsweise rechtwinklig dazu, wirkt eine zweite Kraft von 20 Newton. Diese beiden Kräfte heben sich nicht gegenseitig auf, was zu einer resultierenden Kraft führt. Wir hängen also diesmal als erstes diese beiden Kräfte zusammen und sehen, dass die Summe dieser beiden Kräfte so aussieht. Wir können in dieser Situation ein Gleichgewicht herstellen, in dem eine gleich große Kraft wie die Summe der beiden Kräfte in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Betragsmäßig ist diese Kraft gleich groß wie die vektorielle Summe der ursprünglichen zwei Kräfte. Weil diese beiden Kräfte senkrecht aufeinander stehen, können wir sie mithilfe des Satzes des Pythagoras berechnen. Also gilt, diese Kraft ist die Wurzel aus 15 Newton im Quadrat plus 20 Newton im Quadrat. Ausgerechnet gibt das 25 Newton. Der zweite Teil der Aufgabenstellung lautet. Welchen Winkel bildet sie mit der kleineren der gegebenen Kräfte? Wir können also einfach den Winkel zwischen den 15 Newton und der Kraft F3 messen. Das gibt 127 Grad. Die nächste Aufgabenstellung lautet. Eine Straßenlampe der Masse 20 Kilogramm hängt an zwei Seilen, die jeweils unter einem Winkel von 45 Grad geneigt sind. Welche Zugkraft tritt in einem Seil auf? Auch hier erstellen wir als erstes eine Skizze. Zwischen den beiden Wänden hängt also diese Lampe, und die Seile haben gegenüber dem Horizont einen Winkel von 45 Grad. Auf die Lampe wirkt eine Gewichtskraft FG. Wäre das die einzige Kraft, würde die Lampe nach unten fallen. Damit die Lampe an Ort und Stelle bleibt, muss die Beschleunigung null sein, also müssen sich alle Kräfte, die auf die Lampe wirken, aufheben. Ideal wäre also eine Kraft, die genau in die andere Richtung wie die Gewichtskraft wirken würde, und gleich stark ist. Da in diese Richtung kein Seil verlegt ist, muss diese Kraft anders aufgewendet werden. Wie wir früher gesehen haben, können Kräfte auch in zwei Kräfte aufgeteilt werden, die dann zusammen wieder diese Kraft ergeben. Wir ziehen vom Ende der Kraft nach oben eine Linie parallel zum einen Seil und parallel zum anderen Seil. Die beiden Seilkräfte wirken nun von der Masse bis zum Schnittpunkt mit der vorhin gezogenen Linie. Also würden die beiden Kräfte F1 und F2 zusammen die Kraft nach oben ergeben, die die Gewichtskraft aufhebt. Dieses Kräfteparallelogramm ist auch gerade ein Quadrat. Wir wissen, dass die Diagonale von einem Quadrat gerade die Kantenlänge mal die Wurzel von 2 ist. Also ist F1 plus 2 gerade F1, mal Wurzel von 2. Wir dividieren durch die Wurzel von 2 und erhalten, dass F1 gerade F1 plus 2 geteilt durch die Wurzel von 2 ist. Die Kraft nach oben ist gleich groß wie die Gewichtskraft, also können wir entsprechend Fg einsetzen. Fg ist im Mal G, also erhalten wir als Lösung F1 ist im Mal G, geteilt durch die Wurzel von 2. Wir setzen die Werte ein und erhalten 139 Newton. Der zweite Teil der Aufgabenstellung lautet. Im Winter ziehen sich die Seile etwas zusammen. Der Durchhang wird kleiner. Wird die Zugkraft dadurch kleiner oder größer? Die Kraft nach oben muss immer noch gleich groß sein wie die Gewichtskraft. Weil die Winkel kleiner werden, wird auch das Parallelogramm seitlich gezogen und wir erhalten einen Rhombus, der oben und unten einen stumpfen Winkel hat. Und somit werden die Kräfte in den Seilen von diesem Rhombus größer als diejenige beim Quadrat der vorangegangenen Aufgabenstellung. Also lautet die Antwort, die Kräfte werden größer. Die letzte Teilaufgabenstellung lautet. Ist es möglich, die Aufhängeseile so zu spannen, dass beide genau in einer Geraden verlaufen, der Durchhang also völlig verschwindet? Wenn der Durchhang 0 ist, wäre auch der entsprechende Winkel 0 und wir hätten ein Parallelogramm, das entsprechend unendlich breit werden würde. Die Kräfte müssten somit unendlich groß sein, was nicht möglich ist. Die Antwort lautet somit Nein. Die Aufgabenstellung der letzten Beispielaufgabe lautet. Eine Laterne hängt zwischen zwei Häusern, die einen Abstand von 10 Meter zueinander haben. Der Abstand vom linken Haus beträgt 3 Meter, der Durchhang beträgt 2 Meter. Die Kraft im rechten Seil beträgt 200 Newton. Wie groß ist die Kraft im linken Seil? Als erstes müssen wir einen Maßstab definieren, um die geometrische Situation abzubilden. Mit einem Maßstab von 1 zu 100 haben die Häuser einen Abstand von 10 Zentimeter. Vom linken Haus messen wir 3 Zentimeter nach rechts und 2 Zentimeter nach unten. Dort befindet sich die Laterne. Die Linien, die die jeweiligen Häuserkanten mit der Laterne verbinden, repräsentieren die Seile. Für die Kräfte brauchen wir einen eigenen Maßstab. Wir definieren, dass 1 Zentimeter 50 Newton entspricht. Wir wissen, dass die Kraft im rechten Seil 200 Newton beträgt. Wir dividieren die 200 durch 50 und erhalten 4 Zentimeter. Also zeichnen wir diese Kraft 4 Zentimeter lang ein. Wir wissen, dass die Gewichtskraft nach unten zeigt und die Summe der beiden Seilkräfte senkrecht nach oben wirkt, aber wir wissen nicht, wie groß sie sind. Aus der vorangegangenen Aufgabenstellung wissen wir, dass die beiden Seilkräfte ein Parallelogramm aufziehen. Wir ziehen vom Ende der rechten Kraft eine parallele Linie zum linken Seil. Der Schnittpunkt dieser Linie mit der senkrechten durch die Laterne ist gerade das Ende der Kraft, welche der Summe der beiden Seilkräfte entspricht. Dementsprechend ist die Gewichtskraft gleich groß wie die Kraft, die von der Laterne nach oben wirkt, aber in entgegengesetzter Richtung. Wir ziehen vom oberen Ende dieser Kraft eine parallele Linie zum rechten Seil und der Schnittpunkt mit der Achse des linken Seils ist gerade das Ende der Kraft im linken Seil. Die Kraft im linken Seil ist somit repräsentiert durch den Abstand der Laterne von diesem Schnittpunkt auf der linken Seite. Wir messen seine Länge und multiplizieren sie wieder mit dem Maßstab. Wir erhalten 231 Newton. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.